ich brauche mir gerade das eigene wasser glaubst du mir gerade mein wasser? ja hey und jetzt willkommen zur dritten Folge von wowzola heute ist wieder der steve dabei aber nur im skype hallo und ich werde jetzt gleich joinen zu seinen Koordinaten geben die was er mir gesagt hat und versuchen ein paar Äpfel, Leder ah ich bin in der Höhle und ähm Äpfel, Leder und keine Ahnung was war das letzte? Äpfel, Leder, keine Ahnung Zuckerrohr wenn du findest genau, nice ich habe zwei Leder, habe ich ja schon so es ist keiner am Server so so hier geht es einfach wieder aus von der Höhle hey bin ja fast bei dir 300 Blöckchen wie am Zicker zicker naja schon gut du kannst ja auch in deiner Höhle einfach dahin buddeln ne dann habe ich keinen Zuckerrand den Spaß ja und Äpfel brauchen wir ja sowieso noch ja arm die Richtung ist ziemlich viel die Richtung ist besser hey läuft die eine Richtung ist gerade kein Baum das sind alles nur Birkenbäume die droppen so schlecht Äpfel gefühlt ja aber sie droppen weiter ja die Leute spielen halt auch gar nicht wissen ich glaube da oben sind normale Bäume den nehme ich dann creeper das ist englisch war früher angenehmer mit Iron Rüstung und Iron Schwert immer drum gehen Alex müsste dir jetzt eigentlich Strike geben warum weil du in die Gruppe im Chatlog nicht X2 Mumu reingeschrieben hast also so ein Scheiß muss man auch machen ja hab ich die Regeln gelesen na ich habe es jetzt gemacht für dich oh danke der Grund warum vorerst kein Easy Varro kommt ok ja wieder durchgeschreibt und ja der Server ist offline er schaltet ihn auf online und irgendwas passiert dann keine Ahnung ach ne wenn der Server online ist passiert ist nicht klar was ja das funktioniert irgendwie nicht klar ich bin ja gerade bei seinem Biom da war ich gefühlt noch nie da ist Dört am Boden und so ein Shit aber ohne Graus Dört das Dörtel ja Alex das Dörtel 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 das ist ein Frauenname Dörtel ok Dörtel Dörtel Du kannst die ganzen Bäume abbauen, kannst dann mal rumlaufen, kannst gucken ob du Zuckerrohr oder Kühe findest und wenn du keine findest, läufst du zurück, dass du die Bäume weggespawnt und dann liegen die Äpfel am Boden. Ja, das mach ich jetzt nicht. Nichts passiert ist, dass du ihn mir dann noch joinst. Weiß ich nicht. Genau, Alex. Wie kann das sein? Ja, die Wahrscheinlichkeit liegt... Joa, fehlt dir, fehlt dir das? Grob geschätzt. Und genau, nimm die Holzbalken alle mit, gebrauchtem Holz. Ja, Holz haben wir genug, das sag ich dir. Ich hab gar keins. Ja, das haben wir genug. Mein ganzes ist mir da, ist voller Holz. Wir brauchten mehr. Ah, irgendwas wollte ich ansprechen. Ah, genau, was sieg in die Zeit, wie lange ich aufnehme? Bei OBS? Ja, ich war's. Da steht grad 4 Minuten, aber das ist ja umständlich. Ach so. Ja. Entweder du wirst automatisch gekickt oder nicht. Ja gut. Eine Stunde lang aufgenommen. Ich hab gestern auch aus Versehen 22 Minuten gemacht. Na echt? Aus Versehen. Und deshalb bist du schon full DIA? Nein. Die DIAs hatte ich in den ersten 10 Minuten. Genau. Ich hab da nur Enchanted. Ey, Äpfel, 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 überall Äpfel. Echt? Ja, 1, 2, 2, 1. Ey, das ist super, das fang schon mal an gut da. Ja, ich bin mal kurz aufgehauen. Okay. Also, aber wirklich aufgehauen. Ja, sicher? Er ist grad mitten in der Aufnahme. Ja. Ja, sicher. Sehr gut. Nein, 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 ich bin erlaubt im Server. Ach so. Was kriegst du denn mit? Hab ich geschaut, wie er auf dem Server um ist. Na. Vielleicht. Ich will zu meiner Mama. Geh mal auf K. Okay. Eieiei, diese Gespräche heute werden nicht mehr. Schön, ne? Wie leuchtet da alles aus, damit ich die Äpfel dann später sieht? Ja, bald ist der Tag. Hoffentlich. Ja, soll ich mal Äpfel klauen gehen oder weiter abbauen? Weiter abbauen. Hätte ich auch gesagt. Aber nein, dass die dann die spawnen. Ja, die ganzen 15 Minuten halten uns bestimmt, oder? Ja. Na, hast du ein Skelett gesehen? Ja. Ist mir der wurscht? Nein. Hey, mittlerweile sollte da irgendwo wenigstens noch eine Abfallmoline, damit nicht alles despawnt. Es liegt einfach kein einzig. Der Zombie hat sich ja auch aufkloppt. Ja, kann halt echt passieren. Nein, Skelett. Creeper. Was war das? Hey, auch nicht. 3. Als ob noch so wenig ist. Droppen. Ja, warte mal. Jetzt habe ich da eh ziemlich gut. Schon mal alles gut. Jetzt müssen wir mal weiter abbauen. Deswegen sind wir nicht. Ja, ein Creeper wird das tut ja eigentlich easy überleben, oder? Mit der Arm-Rüstung. Ja, Arm habe ich zwar noch nicht. Ja. Ja, das macht jetzt auch nicht mehr full aus. Nein, normal nicht. Müsstest easy überstellen. Ja, er kommt ja schon gleich daneben. Zumindest hat man eh Fahrer bevor er explodiert. Eigentlich könnte ich mich auch facken. Kein Stress Leute. Kein Stress. Nur Creepern da nicht. Wir müssen ja nicht mehr so tun, als ob ich nicht alles zählen will. Oh, da- Oh, Äpfel. Hä? Creeper besorgt ein Äpfel. Hä? Wo ist denn der? Da oben, Kreaker. Ha! Nicht oft denn zu viel nager. Ich wollte natürlich jetzt nicht rassistisch sein. Es ist immer nur außergekommen, Leute. Nein, nein. Wir haben heute einen jugendfreien Kanal. Nur damit es jeder weiß. Na so ist das. Ja, ja. Ja, die Zombies sind ja das Schlimmste auf dem Kanal. Aber ansonsten. Ja, und der Steve, der macht gerne Team-Kills. Da muss man abpassen. Mhm. Ich hab schon 4 Äpfel, also soll ich mal weiterlatschen oder? Ich brauchts mehr Äpfel. Ja, soll ich mal neue Hacke machen oder soll ich mal abpulzen? Ja, wir haben mittlerweile schon 7 Minuten. Ich hab gesagt, ich mach die Axt kaputt. Hört sich gut an. Und dann sammerieren wir auch die ganzen Äpfel ein und bauen das Serverblatt ab. Ja, du. Ey, was? Das spiel ich aber nicht gesehen. Aber es ist hin geworden. Ja, was ist denn da los, dass erstens alles ausgereicht hat und Dog will es auch schon. Und dann kann man so viel zusammen sein, als ob man auf Hardcore spielen. Aber wenigstens haben wir schon viel. Ja, wir spielen auf Hardcore, ich weiß. Es war der Witz dabei, ich war ja ganz ein Geschenk. Ja, ich war. War echt witzig. Ja, das war nicht alles witzig. Und? Ich hab nicht so geschildet bei einer Runde gehabt. Mal ein bisschen Wurt fahren. Oh, passt. Hardcore, ich bin dran. Und liegt noch irgendwo ein Opfer. Oh, 6 Äpfel schon. Das ist auch mal schwer. Zum Wurscht. Der siebte. Hallo, sieb. Äpfel, Alex. Sieben Äpfel, ja. Ach, acht raus. Dann mach die weiter. Okay. Ja. Wir probieren. Müsst du reichen erstmal. Ähm, ich hab da alles abgeklappt. Ich hab da alles schön ausgereichtet da oben. Jetzt sieht man, wo ich alles abklappt hab. Wunderschön. Das ist wunderschön. Oh, da ist der Achte. 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 Bing bing. So, was richtig muss ich dann. 45. In die Richtung. Minus. In die Richtung. Ja, da kannst du jetzt noch einer droppen. Und du siehst uns nicht. Hm. Ich schaffe, ich muss zu 45, gell? Äh, beim ersten? Ja. Da bist du fast da. Beim anderen Minus 100. Ja, bei 5. Ja, da bin ich fast da. Ich bin auf einem riesigen Berg und du bist ein Völfer, Alter. Was ist denn das bei dir? Was heißt 45, 11 und 101 Minus, gell? 45? Ja, ich muss eigentlich nur noch bergab. Alter, was sind das alles für vorne? Was ist das? Du gehörst. Nein. Ich war da auch verkehrt. Du gehörst. Nee, die erste. Die erste war doch. Die erste Koordinate war doch 45. Die zweite war. Die zweite war. Und die dritte war minus 101, oder? Ja. Wie kommen wir zu 101? Ja, jetzt gehen wir Grotas hoch. Ja, mach ich auch schon, du kleiner. Er hat immer so einen Stress. Ja, er grob dreimal im Kreis. Auf der gleichen Ebene. Ja, schau mal. Jetzt land ich zum Schluss. Ich hab's genau richtig. Da ist irgendwie halt Schlucht. Ich muss ein bisschen aufpassen. Hat Steve gesagt. Mhm. 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 Besser baust du dann eine Treppe runter oder so. Ja, ich mag's so komisch halt. Oder so wie ich. Ja, genau. So komisch. Ich soll die Eisen eigentlich noch mitnehmen. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mir fällt nur noch der Helm, dann bin ich voll iron. Cool. 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 Was? Das ist so cool. Ja, das ist so cool. Ja, das ist so cool. Ja, das ist so cool. Hast du die Schlucht gefunden, ne? Ja, das ist irgendwie auch weh. Okay. Geh einfach zu irgendeiner Wand und knall dich da runter. Hä? Mit so einer Wand und dann runter bauen. Ja, okay. Ja, das ist so easy to say. Von mir Gott. MLG wird nicht gemacht. Du springst nicht mit dem Wassereimer da runter. Ja, ich hab keinen Wassereimer. Das ist das Problem. Ja, das wäre aber auch ganz schön gemütlich schief. Ja, da drüben ist Wasser. Da ist Wasser, ja. Warm und Summe. Mhm. Hast du das schon Obsidian gemacht? Ja. Ja. Hey, ich könnte mal einen Wassereimer machen. Das wäre schlau. Ich hab zwei. Wusch. Außer wo ich gebrannt habe. In Lava. Ja, genau da hatte ich gar kein Wasser. Ja, ich wusste. Ja. Und ich war bis auf zweieinhalb Herzen runter. Kann man machen. Muss man, ne? Ja, Zuckerrohr und Leder hab ich leider kein Sachen gefunden. Mhm. Wir brauchen Leder. Leder, Leder, Leder. Ja, aber ich hab tausend Etems, was ich mal verbrennen muss. Brennend. Pass auf, du verpasst euch. Nein. Wow. Es ist alles geplant, Philipp. Und du musst immer immer sagen. Ich halte es mal. Ist es damals Bauder? Ja, das ist Kors, Dirt, Red, Sand. Ach, das sind alles E-Dians. Ach, du hast gerade so eine Salvanne-Tophie. Bist du bei meinen Koordinaten, Alex? Ja, irgendwo in der Nähe. Ja, exakt Bauder sind nicht, oder? Wenn du mich dann findest. Ja. Aber ich kann mich ja auch vor dich stellen und du siehst mit dir. Nein, 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 nein. Das passiert nur... Bei Varro. Ja, genau. Bei Revo. Bei Varro nicht. Ja. Hey, was soll ich denn jetzt da machen? Ich bin Lava-Tophie, das ist cool. Hey, was soll ich denn machen? Was, was sollst du denn machen? Ja, cool. Ja, Diamanten suchen. Ja, ich weiß es eh. Aber ich wollte es noch mal von euch hören. Das ist doch überall Redstone. Ja. Soll ich angeblich immer Diamanten lesen? Wirklich? Ja, Redstone sind auf Diamanten-Ebene. Oh, hey, was ist denn mit dem Himmel? Dann brauche ich irgendwann Wasser, das wäre echt cool. Oh, das Wasser. Ja, das Wasser kommt wieder oben. Ja, das ist mir wurscht. Ja, ohne Wasser würde ich da nicht einmal dumm rücken. Da ist über Lava da unten. Ja, genau. Du hast geguckt, dass du da für elf bist? Ja, na ja. Na ja. Bin ich bestimmt jetzt nicht danach. Ich nehme mir grad das eigene Wasser weg. Lass ich mir grad mein Wasser? Ja. Halt, ich werde noch eins. Du hast ja zu aufgepissen, Leute. Klaue Stevie sein Wasser, das wird der Titel. Ich bin kein Wasser. Ja, mein Community hat sich aufgeregt. Entweder ist Spoiler mit meinem Titel oder ich mache Clickbait. Okay, was mache ich denn, wenn ich beides nicht machen will? Machst du einfach so, wie du denkst. Ja, mach einfach jetzt auch. Ich glaube, Stevie ist ein Wasser. Checkbait. Checkbait. Das ist ein ernsthaftes Thema da auf YouTube. Ja, das ist ja... Weißt du, ich hab mit deinen ersten Folgen gehört. Das sah total geil aus. Wo ich dann so geredet hab, bin dann mit meinem Skin so rumgehüpft. Weißt du, wie ich als mit der reden würde. Warte. Hol mich also mal raus. Ja, ich komm gleich. Ich renne erstmal an dir vorbei. Ja, genau. Dann bin ich auch noch vorbeigerannt. Ah, die erste Folge ist so richtig trollig. Die hat mir so richtig gut gefallen, wie du es geschnitten hast. Die erste Folge war cool, ja. Ja. Ja, die war echt witzig. Hast du meine schon gesehen, Digga? Nee, nee. Ich hab noch keine Zeit gehabt. Und deinen hab ich mir voll mal kurz durch geswitcht. Geswitcht. Hey, aber die ersten zwei Skills waren... Äh, die Kills waren einige geschnitten. Waren schon nice, oder? Ja. Ja, mit der Stock und mit der Hand und jeder denkt so, Uuuuh, der hat schon zwei Kills und wirklich geil so. Der dritte Rista. Der dritte Rista. So richtig clickbait. First and Second Kill. Für Alex. Mhm. Yo, ähm, was hab ich hinten noch mit meinen Übungen, gell? Ja, ich würde echt nichts behaupten, gell? Aber ich nimm schon seit 15 Minuten auf, gell? Und mich hält's nicht, dass es selber aus ist, Steve. Nein, das hab ich... Warum kann ich tun nichts? Ja, ja, oder? Das hab ich... Tut mir leid, ich muss weiter... Aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, weil... Wenn man doppelt aufnimmt und zahlt es insgesamt weiter. Und ich kann mir nicht mehr... Äh... Ja, aber ich soll in der Situation... Wie, wenn man doppelt aufnimmt? Willst du doppelt aufnehmen? Nee, wenn man aufnimmt... Ist das zweimal OBS auf? Nee, wenn man aufnimmt... Und dann aufhört und dann noch einmal aufnimmt. Also zwei Aufnahmen macht. Ich weiß nicht, wie lange du schon drauf bist. Keine Ahnung. Ja, ich weiß das auch nicht. Ich bin auf höher 11, ist das cool. Ich bin ja Admin, ich könnte ja drauf gehen. Ja, drauf gehen darfst nicht, denn du hast verloren. Oh, Axt kaputt. Aber Alex, das war O4. Ja! Alter, hast du dir die Folge schon angeschaut, wo du gestorben bist? Nein, hast du dich schon hochgeladen? Ja, ja. Und gestern und auch heute um 11 Uhr planmäßig hochgeladen. Das war zum ersten Mal im Leben noch in Sturz. Kommt jetzt, warte. Ey, ich kann jetzt gerade nichts machen, der Walphilip. Ja, mach... Spitz, okay. Ja. Das hast du nicht einmal Eisen. Ja. Ja, gut. Ja. Ja. Ich hab auch genug... Ja, ich hab genug Huls, um mich das zu halten. Hättest du doch aber gestern schon hochgeladen. Die andere Folge war doch, wir sammeln uns und looten Kisten. Du hast gestern schon die Folge hochgeladen. Ja, tschuldigung, hast du recht? Alex. Ja, was? Ja, was? Ich hab jetzt einen Aufruf mehr... Entschuldigung. Ja, warte. Nee. Guck mal jetzt die Folge an. Ja, okay. Aber leid, dass du denkst, dass ich mit dir rehe, obwohl ich mit dir in der Folge rehe. Was denn auch nichts passiert? Ich finde. Ja. Ich hab schon mal mit dem Cookie angefangen zum rehen. War nur die Folge. Kann man machen. Hey, ich hab so ein Tier gelackt. Das ist ja Wahnsinn. Warte mal kurz. Ich hab... Ich hab schon voll ein Tier. Du? Ja. Keinen einzigen. Alex, geh runter vom Zoo, aber du denkst, das sind 15 Minuten. Ja, warte mal. Ich glaub noch nicht ganz. Ich glaub, ich fahr eine 3-minütige Testaufnahme. Ach so, das zahlt dann bei der Aufnahmezeit hinzu. Hey, ich schau mir da jetzt erstmal einen Count, weil ich bin ja nicht komplett gehindert. Ah, mir wird... Alter, ein Diamant, okay? Dann passt's mir schon. Dann ist genug für euch. Da kann ich den Titel einschauen, Diamantenglück. Ja. 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 Ich will mir deine Folge nochmal angucken. Okay. Das hat zu dir. Äh... Ey, yo. Ich ruf dich gleich nochmal an. Ich ruf dich gleich nochmal an, mach dich runter vom Server. Ja, geil. Bis gleich. Bis gleich. Hey, das tut keine Ahnung. Alter, ich wär mit Ant hier schon zufrieden. Alter, oh Mann, lang kurz. Okay, Iron. Laura. Das war's. Ei, 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 ei. Was machst du? Keine Ahnung, glaubst du das? Was war's denn? Nein. Das war echt nicht. Das war der niceste Move, den wir in meinem Leben gemacht haben. Wer macht denn da scheiß Fackeln dringegangen? Was ist da? Okay, da war's schon. Boom, Abkürzung. Wow. Siem Eisen. So, ich glaub wir haben genug lang aufgenommen. Natürlich keinen Diamant, aber dafür die nächste Folge direkt am Start. Ja, und ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr die Runde gefahren habt, geht einen Daumen hoch. Ja, vergesst nicht Souvenieren, falls ihr nichts verpassen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao. Ja, wir spielen auch, actually, bis zu einem safe place. Was ist ein safe place, Philipp.